Hallo zusammen, mein Name ist Marc Deutschmann. Heute stelle ich euch unsere neue Autoserie Eskina vor. Nicht ohne Grund hat die komplette Serie den German Design Award 2020 gewonnen. Die Serie besteht aus fünf Varianten. Wir haben eine Polar-Leuchte in einer Höhe von 31,5 cm, 80 cm, einen Displaystrahler und zwei Wandversionen. Die komplette Serie verfügt über eine Schutzklasse von IP65 mit Ausnahme der Wandversion mit Sensor. Dieser hat eine Schutzklasse von IP55. Die komplette Serie ist dimmbar, verfügt über einen CCT-Switch, wo wahlweise 3000-4000 Kelvin eingestellt werden kann. Das Schöne an der ganzen Serie ist, dass man super flexibel ist, weil jegliche Version kann nicht drehen oder mit Lösen dieser Schraube in der Neigung verstellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer neuen Eskina-Serie. Ein Samurai ... ... ... ...